Teleologisches Dilemma Köln-München Ich mag dich, Gott. Du bist bei Siemens, Boss. Wie gut, dass ich bei Siemens nicht beschäftigt bin. Der für defekte Beste langte kräftig hin. Nun liegt der Zug, der als IC-Geschoss geplant war, reglos wie ein totes Ross, verlassen auf Gleis 6. Das ist kein Bahngewinn. Wie wirst du zürnen dem, der dort bei Siemens im Entwicklungszentrum so sehr patzte, Boss? Ich höre schon den Ton, den donnernd Rüden, zum Mitarbeiter ob des Züge liegens, o Führungskunst bis zum Moment des Fliegens. Nun gut, ich fliege längst von Köln nach Süden. Ich mag dich, Gott. Du bist der oberste Pilot. Wie gut, dass ich... Oh Gott, ich vollidiot.